So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe und das ist eine Gruppenaufgabe, nämlich fange Fische an Angelstellen. Ich werde das Ganze jetzt hier unten machen, wo ich schon markiert habe. Ich mache das Ganze in Gruppenkeile, weil logischerweise, vielleicht habe ich ja Glück und die anderen drei haben auch ein bisschen Lust gerade mit zu angeln. Deshalb, ich gehe hier unten hin, hole mir hier ganz schnell meine Angel und dann wird das Ganze ganz schnell erledigt sein. Ja, wenn nicht gerade auch noch ein Gegner hier landet, man kennt das Glück. So, einmal schnell die Angel ausgepackt, da reingeworfen. Ein bisschen bewegen, nicht, dass man doch noch irgendwo abgesnipet wird. Zack, da war da schon der Zweite. Ey, zeig mir an, das ist der Dritte. Brauche ich noch eine Angelstelle. Also dreimal haben wir jetzt eigentlich schon, auch wenn es gerade noch nicht angezeigt wird. Da kommt die Zone, man kennt es. Komm. Ach, man muss, ah, die hat, äh, jetzt habe ich gedacht, dass wir haben dazugelernt, aber die Aufgabe ist wieder ganz leicht verbuggt, wie man sieht. Aber nur ganz leicht. Da hat 7-Sens gezählt. Ich denke mal, dass man wieder verschiedene Angelstellen haben muss. Also eine Angelstelle an sich reicht nicht. Es müssen 5 verschiedene Angelstellen sein. Also wenn ihr einmal wieder irgendwo dran geangelt habt, könnt ihr eigentlich schon weitergehen direkt zur nächsten Angelstelle. Da haben sie uns ein bisschen ausgetrickst. Es reicht also nicht, wenn man 5 mal geangelt hat, sondern man muss an 5 verschiedenen Angelstellen angeln. Da seht ihr, jetzt zählt es nämlich auch weiter. Mal gucken, ob mein Teammate da auch noch ein bisschen mithilft. Aber ich glaube, der ist da oben noch im Rumsuchen. Nein, komm schon. Zack, jetzt hat es doch gezählt. Also geht einfach an die Angelstellen, werft die Angel aus und so könnt ihr das Ganze ganz easy schaffen. Ihr seht ja, hier sind so viele Angelstellen. Ich zeige euch schon mal gerade die Stelle, wo ich hin bin. Das ist genau hier ganz rechts, oberhalb von Retail Row. Da ist ein ganzer See und dann geht ihr einfach den Fluss entlang und da werdet ihr es easy hinkriegen. Macht, wie gesagt, das Ganze im Gruppenkeile. Es ist einfach noch einfacher. Und in dem Sinne, gerne ein Like da lassen. Wenn du kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne, haut rein.